Segeln auf dem Wolziger See in Brandenburg. Hier spüren alle, wir sind ein Team. Hier wird die Tagung zu einer Herausforderung. Alle in einem Boot ist ja so ein Schlagwort, welches man hat und dieses Boot bewegt sich nicht, weil der Skipper hinten alles alleine macht, sondern es müssen unterschiedlichste Personentypen sich aufeinander einstellen, müssen miteinander arbeiten, müssen miteinander kommunizieren und erst durch diese Gemeinschaft, durch dieses Zusammenarbeiten bewegt sich dieses Boot vorwärts. Die Firma Teamgeist und ihre Mitarbeiter sorgen dafür, dass alle sich wohlfühlen, ob auf dem Wasser oder in den verschiedenen Häusern am See. Wir haben ja unterschiedlichste Raummöglichkeiten. Wir haben die Seelounge. In der Seelounge haben wir also die Möglichkeit, bis zu 40 Personen in einem sehr maritimen Umfeld mit Blick auf den Wolziger See ihre Tagung durchführen zu lassen. Aber auch große Tagungen mit bis zu 200 Personen haben die Möglichkeit, hier in dem modernen Seegeloft, welches auch beheizt ist, dann natürlich ihre Tagung durchzuführen. Und die Kombination, die dann gewählt wird mit einer aktiven Entspannung. Das ist halt einzigartig und bietet sich halt hier auch an. Im Angebot sind Touren mit dem Drachenboot. Oder mit der preisgekrönten Tab-Tour geht es auf eine virtuelle Schnitzeljagd zu Wasser und zu Land. Tagen in Brandenburg. Mit Teamgeist immer ein Erlebnis. Justin E fort sie die Tagung Say her zum Dreh similar als gereinigt. Det wurde in der E apple vorher erfahren, alle alter Verfangen, aber weiß nicht, der Oh, es war das Gay resistor und was des Grunds wie George في Untertitelung des ZDF, 2020